Beenden wir das jetzt! Was war das? Nein, schaffst du hier! Ich fehle dich! Nicht schlecht! Meine Klinge ruft nach dir! Raut aber rein! Oh mein Gott! Ich schaue, ob die irgendwas beiwitzig haben. Oh, das ist auch nicht schlimm. Ich kann mich... Du bist tot! Ei! Hier! Hier! Du! Komm! Ich bin doch keine Gefahr mit! Doch! Bist du! Alter Schwede! Hier! Deine Mutter... ...ist hier! Nimm's weg! Böser Junge! Böser Pumpen! Böser Pumpen! Kann ich vielleicht gebrauchen? Moment! Da muss ich erst hin! Da muss ich erst hin! Hi! Trittleiter, würde ich sagen! Bei mir! Zack! Lass sie eben holen! Hier! So! Wow! Du bist besser als alle Geschichten! Die Geschichten sind ja auch nicht wahr! So! Da geht's lang! Glaub ich! Oh! Nicht glaub ich! Und es hat sich niemand von Bedeutung nach unzerkundigt! In der Stadt erzählt man sich, dass der Marquis de Saat Fragen gestellt hätte! Es sind nur Gerüchte! Er ist mittellos und eingekernet! Okay! Ah! Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Warum lasst ihr jemanden wie Rose nach dem Tempel suchen? Unsere Ziele lassen ihn völlig kalt! Ich an eurer Stelle würde mich nicht mit ihm halten! Was treibt Ratten? An! Nahrung natürlich! Ah! Ihr sprecht ihren Eigennutz an! Aber! Ihr habt euch verrechnet! Eure Leute sind tot! Ich kenne das menschliche Tier! Ja! Was es fürchtet! Was es mag! Ist Rose ein schlechter Mann? Ohne Zweifel! Aber ich, Napoleon, kontrolliere ihn! Und verwandle ihn in etwas Gutes für Frankreich! Okay! Die Menschen werden ihre Freiheit gerne aufgeben, solange sie die Hoffnung haben, an die Spitze zu gelangen! Mit dem Artefakt aus dem Tempel bringe ich ihnen die Illusion der Hoffnung! Und uns führe ich zum Ruhm! Okay! Nee! Wir müssen ihn stoppen und das Volk von Frankreich retten! Es zu retten, verzögert nur das Unvermeidliche! Was hast du denn plötzlich? Du bringst dich für nichts und wieder nichts in Gefahr, kleiner Mann! Wenn du es nicht tust, mach ich es! Stopp! Leon! Komm zurück! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wird du die Noten von Driftet? Wo bist du? Wie ist das? really wichtig? ... ... ... Oh. Das zweite oben. Komm, wo ist das zweite? Da. Ah, was ist doch da irgendwo? Oder? Was ist das zweite Ding? Ah, muss irgendwo oben sein. Oh, kann ich hier. Schauen wir's mal an. Zack. Meine Klinge ist noch nicht müde. Pariert habe ich. Ey. Frechdachs, du. Du kleiner Frechdachs. Ist die Steinplatte ganz oben, oder was? Ja. Scheint. Ja, leise. Okay. Problem gelöst. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch. Ohne Zweifel. Und hepp. Sein gegrüßt. 160 Meter. Treffern. Alter. Hoch oder runter. Hoch oder runter. Und dann komme ich mal schnell zu dir. Hi. Zack. Boah, ich kann das nicht. Aua. Habe dieses Schatz. Habe dieses Schatz. Habe dieses Schatz drin. Erworben. Und dann Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer. Ja. Haben wir auch. Ah, gehen wir mal schnell. Warte mal, können wir nicht. Schnellreise zielen? Ne. Haben wir nicht da hinten. Dann... Hepp. Wahnsinn, die auch. Was war das? Ich weiß es nicht. Was es war. Hallöchen. Da bin ich. Gib mir das Manuskip. Weshalb. Es hat mit der Sache nichts zu tun, oder? Ich verlasse das Land. Dafür brauche ich es. Und unsere Zukunft? Ein Frankreich, wo sich alle um einander kümmern? Wer hat endlich erwachsen? Vergiss Frankreich. Du bist allein. Harte Worte. Was hat dich nur zu so einem Blödmann gemacht? Du kannst nichts tun. Du verstehst es einfach nicht. Und den hole ich mir noch. Du bist genau wie die. Du bist genau wie die. Glaubst du mir noch nicht. Nächste Mission. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Mal kurz so. Ich kann die Tasse nicht drücken. 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 Vielen Dank.